Ja, und damit willkommen zurück zu Far Cry Primal Folge 18 mittlerweile. Hallo mein kleiner Nadu. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist übrigens eine neue Aufnahmesession. Und ja, ich habe jetzt eine längere Pause sogar gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, was hatten wir denn vor. Ich sammle erstmal hier so ein paar Sachen, die wir gebrauchen können. Das haben wir alles im Lager. Ja, voll, voll, voll. Bisschen Fleisch können wir auch mitnehmen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Ich bin mir gar nicht so sicher, was wir machen wollen. Da oben leuchtet ein Wegpunkt. Was ist denn das? Ah, Wenya-Verteidigung. Was wollten wir denn machen? Wollten wir... Hatten wir den Handwerker nicht eigentlich schon geholt gehabt? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Ich meine, wir hatten den Handwerker. Hat er das nicht gespeichert? Das wäre natürlich nicht so toll. Jetzt muss ich mal gucken. Ach ja, stimmt. Der tolle Wegpunkt, den man ja so gut sieht. Wenn ich jetzt wüsste... Ah, da. Okay. Ähm, ich muss natürlich auch erstmal... Ich muss auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Hier in die Steuerung alles. Etc. Pipapo. So. Ich hoffe, wir kommen hier hoch. Kommen wir nicht. Okay. Also müssen wir doch außen rum gehen. So. Und da oben laufen welche. Werden wir mal hier lang gehen. Uah, ich wurde schon fast gesehen. So. Ja, aber es freut mich doch zu sehen. Im Übrigen habe ich mittlerweile mal so ein bisschen... So ein bisschen auch YouTube verfolgt jetzt. Ähm, ja. Scheint ja bei euch reges Interesse dran zu sein, hier das Let's Play zu gucken. Freut mich natürlich. Riesig. Worüber ich mich vielleicht doch noch ein bisschen mehr freuen würde, wäre vielleicht ein paar mehr Kommentare. Aber, naja, muss ja nicht sein. So. Ähm. Guck mal, hier ist schon mal der Schilf. Ich fange schon wieder an, hier zu farmen. Ich entschuldige mich dafür. Da wollen wir mal ein bisschen schwimmen. Ja, mein Gott. Es ist schon... Boah, wie lange ist es jetzt her, wo ich aufgenommen habe? Ich glaube, eine Woche. Ich glaube... Grünblatt nehmen wir auch mit. Äh, ich glaube, es hier kann eine Woche. Uah! Was? Was? Aua! Aua! Uah! Was bist du denn? Geh weg! Ich glaub's ja wohl. Der Dachs greift uns einfach an. Was ist das denn? Ich fass es ja nicht. Survival! So, Wildschwein nehmen wir auch mit. So, wenn wir... Äh, oh, oh. Ciao! Lalalalalala. Lalalalala. Ich bin schon... Aua! Oh, oh. Ich sollte vielleicht mal... Uah, uah, uah. Ja, unser... Oh nein! Oh nein! Unser... Nein! Hatten wir ihnen eigentlich einen Namen gegeben? Ohala! Hier, hier, hier für dich. Hier für dich. Komm schnell mit. Schnell weg hier. Uah, Hilfe. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Dieses Tier. Das hatten wir schon in einer Folge mal angegriffen gehabt. Wir waren hier doch schon. Wieso hatten wir das Spiel das nicht gespeichert? Es tut mir leid. Ich, äh... Survival! Entschuldigung. Ähm... Da müssen wir hin. Blut von Oros. So, jetzt muss ich mal schauen. Suchen nach dem Blut von Oros-Steinen. Ja, genau. Das war das gewesen. Das war... Ah, da hinten müssen wir hin. Sehr schön. So, komm ich hier runter? Ja. Ich finde es sehr, sehr faszinierend. Ich finde es sehr faszinierend, was für eine tolle Atmosphäre dieses Spiel doch auch schafft. Mal wieder. Jetzt, wo ich wieder spiele, bin ich wieder voll drin. Und die bedrohende Musik ist wieder am Spielen. Äh, was ist das denn? Guck mal, wie er wegläuft. Bleib stehen! Was? Oh! Äh, bitte was? Uäh! So! Ganz fein gemacht. Ja, hast du ganz fein gemacht. So, sehr schön. Mein Gott, Wahnsinn. Was hier schon wieder abgeht, ist ja unfassbar. Und ich bin nur... Ich bin nur auf dem Weg. Äh... Untersuche die alten stehenden Venja-Steine? Ich untersuche. Ich, äh... Ach, ich glaube, wir mussten sogar schon hier hin. Aha. Ich, ähm... Ja, ich untersuche. Was soll ich hier untersuchen? Ah, warte mal, da war irgendwas gerade. Hallo? Da hat irgendwas aufgeleuchtet. Ich hab's gesehen. Ich, ähm... Was war das denn? Hallo? Ich würde gerne untersuchen. Oder müssen wir die hier unter... Ah, warte mal, hier war was. Ah, Untersuchung. Ich siehe nichts, so viele Pflanzen. Okay, ich glaube, wir werden mal eben... Äh... Die Keule entzünden. Vielleicht bringt das ja was. Schauen wir mal. So, da nehmen wir noch ein bisschen mit. So, mal gucken. Vielleicht sehen wir jetzt ein bisschen mehr. Von Oros, jawohl. Ah, guck an. Können wir das hier auch machen? Nichts, okay. Ist hier auch nichts? Ah, okay. Alles klar. Also müssen wir da hinten hin. Und es ist Nacht geworden. Das freut einen doch. Ja. Das freut mich sehr. Verdammt. Kennt ihr das, wenn euch das irgendwo juckt? Und man die Stelle nicht findet? Aber man weiß ganz genau, es ist da. Huch, hallo. Man weiß ganz genau, die Stelle ist da. Die juckt, aber man trifft sie irgendwie nicht. Äh, äh, bitte was? So, wir müssen... Ich werde mal einen großen Bogen um das Tier schlagen. Guck mal, da ist schon wieder... Uah, was? War das ein Siebelzahntiger? Alter Schwede. Hau ab. Hau ab. Guck mal, wie er sich kugelt. Wie geil. Bleib stehen! Jetzt haut dann ab. Hey! Bleib hier! Hier will ich gar nicht hin. Ich will hier gar nicht... Uah. Huch. Ja, Mann. Uah, uah. Nein, 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 nein. Ich will ihn retten. Komm schnell her. Der ganze Busch brennt schon wieder. Es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ähm. Wie er guckt, ne? Ja. Supi. Ähm. Ich sehe es jetzt schon kommen. Das ganze Let's Play besteht darin, dass wir hier, äh... Ja, ums Überleben kämpfen. Dass wir gar nicht zu den Missionen kommen werden. So, egal, ähm... Ich werde mal den Wegpunkt mal eben entfernen, weil wir haben ja einen. Das war... Hier war das Gebiet links da. Ja, ich will das Missionsziel nicht verpassen. Aber man merkt, ähm... Unser kleines... Unser kleines Tierchen ist nicht dafür geeignet, um zu kämpfen. Der ist eher für Schleichen. Das hatten wir ja beim letzten Mal herausgefunden. Ich werde mal den Höhlenlöwen rufen. Unser kleines Timmy. Wo ist er denn? Da kommt er. Timmy! Ja! Boah, krass, wie der gekämpft wird. Alter, das wird... Bleib hier. Äh, wo müssen wir nochmal hin? Da hinten. So, hier ist nochmal Cosma Shiva. Nehme ich mit. Tasche für den Gegenstand ist bereits... Uah! Uah! Tasche bereits voll für Cosma. So, hier haben wir noch ein bisschen Schilf. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir, ähm... Müssen unbedingt schauen, dass wir den nächsten Mal hier unsere Beutetasche erhöhen. Ach stimmt, wir haben ja den Enterhaken, ne? Wie war denn das nochmal? Ne, äh... Nein! Verdammt, ich hab vergessen, wie man den Enterhaken benutzt. Wie benutze ich denn nochmal den Enterhaken? Scheiße, ich hab's vergessen. Okay, ich muss, äh... Wie peinlich, ich muss in den Optionen gucken, wie man den Enterhaken benutzt. Steuerungsschema. Äh, d-d-d-dün forrige Waffel springen, halten, interagieren, d-d-d-dü... Bestienmenü. Äh, d-d-d-dü freigeben, takedown, springen, bewegen. Bestie rufen. Äh, wo ist der Enterhaken? Springen, hoppen, verteidigen. Ähm, ja Haben wir den noch gar nicht Wir müssen den doch normalerweise schon gekriegt haben, oder? Ich kann mich entsinnen, dass wir den schon hatten Wie war denn das nochmal? Ja, ist erstmal was, genau Weil es ist ja nicht so, dass hier Wilde Tiere rumlaufen, dafür haben wir ja Zeit Wie benutze ich denn nochmal diesen Enterhaken? Wie war denn das nochmal? Oder haben wir den doch noch gar nicht Ich meine, wir hatten den in der letzten Folge doch schon bekommen Nein, so ist gar nicht Alter, wirft der einfach Nein, oh Ich entschuldige mich dafür, okay, dann nicht Dann nicht Ich meine, das war eigentlich Ich meine, das war Viereckdrücken, oder? Oder irre ich mich da? Ah Ich muss nur näher dran stehen Nein, nein, nicht nach unten, nach oben Ah, stimmt, man muss näher dran stehen Ich hab's vergessen Entschuldigt bitte Habt ein Nachsehen mit mir Dass ich so vergesslich bin Ich bin ja schon ein alter Mann Das hört sich nicht Äh, 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 äh Warte mal eben Ist mir ein bisschen gefährlich hier gerade Ja, haut ab, ich hab Feuer Flexi macht Feuer Geht weg Flex macht Feuer So, hier müssen wir hin Ich frage mich gerade Wo ist denn jetzt hier der Oder ist das hier unten? Ne, warte mal Wo ist denn der Der Wegpunkt ist da oben Schön Bin ich hier richtig? Warte mal Wo müssen wir denn jetzt hin? Oder kann es sein, dass wir da unten hin müssen? Da unten leuchtet irgendwas Aber der Wegpunkt zeigt nach hier Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher Okay Äh, okay Ich schau mal eben schnell auf die Karte Ist das ein Dorf? Ne, das ist kein Dorf, ne? Oder? Unbekannte Unbekannte Ort Aktuelles Ziel Oder ist das hier? Ne, ist kein Stein Hä? Uah, was? Uah Guck mal, brenn du Sau Der brennt nicht Scheiße, jetzt zündet der wieder alles an, ne? Geh mal weg Geh mal weg Timmy, geh mal weg Aua Vielleicht müssen wir auch erst das Lager hier entzünden Uah Wo kommt der auf einmal her? Ach, der kommt von unten, ne? So, sehr schön Die Belohnungen für tägliche Sachen sind im Lager Ich frage mich Das hat, das hat Uah Fein, lass du Ich glaub, die kommen nach oben Uah, nein, ich will nicht nach oben Nein Uah, uah Geh weg Hilfe Ciao Was, Eier? Wieso Eier? Oh Ich sollte mir vielleicht mal ne Keule erstellen Am besten zwei Dann hab ich wieder eine Reserve Hüah Hüah Jetzt gibt's auf die zwölf Auf die Nüsse So Entschuldigung Haben die noch irgendwas dabei, was wir brauchen können? Tierhaut Ja Ich werd mal was essen So, warte Kann sein, dass wir auch da unten hin müssen Ich bin mir da gar nicht so sicher Ich werd auch mal runterklettern Aber warte mal Hier ist da noch irgendwo einer Ich hör doch jemanden Hä? Wo ist der denn? Ja, lass es dir Lass es dir mal schmecken So ein Ureinwohner Der schmeckt bestimmt ganz toll Kann ich mir vorstellen Wo? Warte mal Wo ist der denn? Ich hör den doch Ach, da unten Guck mal einer an Ah, komm, der klettert nach oben Warte mal Bleib unten Ich hab gesagt, bleib unten So Tierhaut hatte der mit So, können wir hier runterklettern? Ja, sehr schön Ich probier das mal Vielleicht müssen wir ja nach unten Ich weiß es nicht Kann natürlich Kann natürlich möglich sein Dadurch, dass ich natürlich Ah, hier Sehr geil Blut von Orus Ah, ja Also war es doch richtig hier Feuerstein haben wir bekommen Den Fred haben wir übrigens erhalten Jetzt frage mich gerade Wo haben wir denn noch so einen Stein? Da unten ist glaube ich noch was Das werden wahrscheinlich die roten Markierungen sein Da ist noch einer Okay Gut, das war quasi jetzt auch Der Test Ob man ohne Karte spielen kann Und das funktioniert wunderbar Finde ich Also Leute Spielt ohne Karte Das macht Spaß Das macht Spaß Das macht Spaß So Hier ist doch noch, oder? Nee Da ist einer So Jetzt fehlt uns noch einer Wo ist der andere? Da ist der unter Wasser Okay Jawohl Hallo Jawohl Blut von Orus abgeschlossen Sehr schön Sauber Das gefällt mir So Jetzt mal eben Wir können irgendwas herstellen Im Handwerkermenü Ich schau mal eben Was können wir denn Uh Keulengürtel Derzeit tragen Zwei Keulen können wir mitnehmen Jetzt können wir vier Geil Dafür brauchen wir Rotundfell Was können wir hier? Sperrgürtel Ach Ist ja krass Aha Eintragen Was können wir hier noch machen? Steinsplitter Steinsplitter können geworfen werden Um Gegner zu verletzen Kopftreffer sind tödlich Was? Ich werde aber erstmal hier dieses Keulen Upgrade mal machen Und Den Steinsplitter Machen wir auch mal Sonst haben wir hier oben Bei uns Nichts mehr Okay So Ähm Wir können Fähigkeiten Punkt vergeben Das ist natürlich auch sehr feierlich So was haben wir hier? Holzstücke und Steine Werden auf der Minikarte angezeigt Brauchen wir nicht Nutzen wir ja eh nicht So Sturzflug Angriff der Eule Was haben wir hier? Die Effekte von Nahrungsrezepten Wirken statt 60 Sekunden Jetzt 90 Sekunden Aha Was haben wir hier noch? Du kannst Rohstofftaschen Jetzt mit einem Jägerblick sehen Diese Fähigkeit gilt auch für Eulen Für den Eulenbegleiter Hm Ich finde das mit den Mit den Nahrungsbooster Finde ich ganz interessant Ich mach das mal Bo Bo Ja dann schauen wir mal Wir müssen Was machen wir da als nächstes? Ich schau mal Auf die Karte Was wir als nächstes machen Ähm Vernichtete Schwierigkeitsgraden Mittel Brenne das Lager nieder Brenne das Lager nieder Um feindlichen Vormarsch zu stoppen Das klingt spannend Ich hab grad gesehen Hier ist übrigens auch ne Ne Deja Hand Auf der Karte Ich frage mich gerade wo die ist Ich werde mal eben nochmal Ich entschuldige mich wenn ich so oft auf die Karte gehe Aber ich werde mir mal den Wegpunkt machen Äh Ah hier unten Ach ist ja krass Wenn wir schon einmal dabei sind Nehmen wir die doch mit So Vier bis zur nächsten Belohnung Vier haben wir gesammelt von hundert Das ist ja Sehr schön Das freut mich So jetzt müssen wir mal gucken Wo müssen wir denn jetzt Wo ist der tolle Wegpunkt Den man ja so großartig sieht Da So dann gehen wir mal da hin Und ziehen mal Und helfen mal quasi da Die Ortschaft zu befreien Oder beziehungsweise Ähm Ja die Leute aufhalten Wir müssen ja das Dorf niederbrennen Watschel 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 So da unten ist das Ich bin aber überlegen Ob ich das Ganze ein bisschen Achso wir haben jetzt die Fähigkeit Mehr Keulen herzustellen Ne Machen wir doch mal Dann haben wir vier Oh Sind das Gegner? Nein das sind keine Gegner Die gehören zu uns Hey psst Komm mal mit Hey psst Ja 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 ist doch gut Ihr sollt mitkommen Und nicht hier dumm quatschen Schon einmal hier bin Nehme ich ein bisschen wieder Alderholz mit und so Oh Es tut mir übrigens leid Für die Schildkröten Da in der einen Folge Das äh Ja Ja ich bin doch schon da Hoi Hier müssen die Vinyar Brüder begraben So wo muss ich denn da jetzt Entschuldigung Ja Ah ja So erinnert ich auch gerne zu Hause Als Haustier So zum Bewachen Ähm Wo muss ich denn jetzt hin Ach da So nach unten Das ging natürlich Redzügig So Dann nehmen wir nochmal Ein bisschen Cosma wieder mit Wir müssen das Lager niederbrennen Da bin ich mal gespannt Das sieht jetzt nicht so nach dem Lager aus Das ähm Hier wartet nochmal Schilf auf uns Aha Stammeskonflikt vernichten Dieses Gebiet Wird von einem feindlichen Stamm kontrolliert Finden Findet ihr Lager und Brennen ist Vollständig nieder Einen Fähigkeitspunkt Bekommen wir dafür Das machen wir doch mal So jetzt müssen wir mal gucken Wo müssen wir hin Erreiche das Lager Okay Jetzt wäre natürlich gut Wenn wir jetzt jemanden Zum Schleichen hätten Ne Aber was bringt mir denn Was bringt mir er zum Schleichen Wenn er nicht so gut Stärke hat Dafür Tempo Ich bleib mal bei Unserem Timmy Ne ist ja gar nicht Timmy Quatsch Timmy war ja der Hund Entschuldigt bitte Wie gesagt Habt ein Nachsehen mit mir Ich bin schon so alt So Dann schauen wir mal Höhle der Sonnenläufer Aha Was haben wir oben Für ne Anzeige Brenne das Lizila Lager nieder Lizila Lager Dann werde ich mal die Keule entzünden Muss ich das hier anzünden? Ist das richtig? Ah ja Okay Der Balken füllt sich Okay Aber ich glaube Das wird nicht so einfach werden Weil ich glaube nicht Dass wir hier alleine sind Wo gehe ich denn jetzt? Was ist das denn für ne Skulptur? Okay Ich gehe erstmal links lang Dort wo der Wegpunkt Uns hinführt So Okay Das brennt auch sehr schön Okay Pass mal auf Warte mal Die stehen da Ne? Ist natürlich jetzt die Frage Stehen hier auch welche? Oh da oben ist auch irgendwie so ne Steinspitze Ob wir die runterwerfen können? Da hinten steht glaube ich auch einer Oder? Die kann man bestimmt runterfallen lassen Die Steine So Pass auf Ach guck mal an Ich werde mal eben die Keule wegstehen Entschuldige bitte Ich werde mal was ausprobieren Ob das klappt? Ist das aufgefallen? Wahrscheinlich nicht ne? Schon einmal dabei sind So mal gucken Kann ich den da hinten auch? Treffe ich den? Wahrscheinlich nicht ne? Ich bin ja So warte 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 Beuch dich nicht Halt den Kopf unten Na 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 Halt den Kopf unten Ist anscheinend kein aufgefallen Das ist schon mal sehr gut Ich bleib mal in Deckung Okay Keim aufgefallen Das ist sehr schön Okay 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 Da sitzen welche Das Lager müssen wir auch niederbrennen Ich versuche mal ganz vorsichtig Mich hier voranzuschreiten Ah hier Das müssen wir auch anzünden Okay Wahrscheinlich das auch Aber das brennt ja schon Oh 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 Die haben unseren Oh 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 Komm mal mit Komm mal mit Schnell 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 Ich möchte noch ungesehen bleiben Ein wenig So Da ist schon mal einer weniger Ich seh nix Ich seh nix Brenn Brenn du Sau Aula Okay So viel müssen wir eh nicht mehr anzünden So wie das aussieht Der Balken ist fast voll Ich geh mal hier lang Die sollen ruhig eben Nein Oh man Was macht der Alter Das gibt's doch nicht Ich lass meinen Tiger in Ruhe Komm hier hin Komm mal her Ich muss dich mal heilen Ja Fein So Wo sind die jetzt Kommen die Die kommen ne So Ein paar Pfeile wieder herstellen Dann sind wir schon wieder Am Start So Selber mal eben schnell was essen Ich glaube das war's Ich glaube jetzt haben wir so ein bisschen Ruhe hier Ein paar Pfeile wieder mitnehmen Aber wir haben's ja Was muss ich entzünden Hier So So Jetzt brennt alle sehr schön Wunderbar Ich glaube das war's Zerstörung vollständig Ich komme aus dem Gebiet Okay Dürfen wir ja eigentlich hier schnell rauskommen Ein Zwei Ein Zwei Ein Zwei Ein Zwei Wo Von wo sind wir denn gekommen Von hier ne Ja Sehr schön Da sind wir wieder draußen Stammeskonflikt Vernichten Erfolg Sehr schön Ich freu mich Da schmeiß ich doch direkt erstmal die Keule weg Und da brennt natürlich auch direkt der Busch So Ja meine Güte Das haben wir ja wunderbar Wunderball Von dem wunderbar gemeistert Ich würde sagen Ja in der nächsten Folge geht's weiter Mit Ja Vielleicht ein paar Nebenmissionen mal wieder Und Ja und dann schauen wir mal Was uns hier weiter erwartet Und ihr schaltet wieder fleißig ein Bis zum nächsten Mal Tschüss